Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich liebe den Duft kolumbianischer Kaffeefarm, die Ruhe japanischer Reisplantagen, das Ambiente italienischer Weinberge. Aber vor allem bin ich einfach stolz darauf, die größte Farm der Welt zu leiten. Wenn ich also gefragt werde, warum ich Farmer bin, frage ich zurück, warum bist du keiner? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.